Kontrollieren wir mal zuerst die Toiletten. Ja, Spiegel ist in Ordnung, Fliesen sind auch gut verlegt, Toilette sieht alle sauber und ordentlich aus. Spülkasten ist ordnungsgemäß angeschlossen, passt alles soweit. Wenn man jemand sich duschen will, alles da. Hier ist der Brausekopf, Bauch nagelneu, super. Ja, gibt nichts auszusetzen. Ja, gibt nichts auszusetzen.